Hi Leute, heute schauen wir uns mal an, wie man diese schöne animationell programmiert mit einem HTML-Canvas und JavaScript letztendlich. Und als ich das gesehen hatte auf einer Website von einer Konferenz, dachte ich mir so, boah krass, das ist ja richtig kompliziert, wie macht man das denn? Aber letztendlich ist es sehr einfach und ich zeige euch das mal kurz hier schon mal. Wenn man zum Beispiel die Linien hier weglässt, dann sieht man, das sind einfach nur Punkte, die sich halt linear mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf einem Canvas fortbewegen. Und es ist halt so, dass wenn ihr Abstand jeweils einen gewissen Schwellenwert unterschreitet, dann zeichnen wir eine Linie zwischen ihnen und schon entsteht dieses interessante, komplexe Muster hier. Außerdem werden wir uns noch um den Feinschliff kümmern, also das bedeutet hier konkret, dass wir die Transparenz und auch den Farbwert von Linien von dem Abstand einhängig machen. Und das sorgt auch dafür, dass das hier nicht ganz sozusagen ruckartig passiert, dass auf einmal eine Linie gezeichnet wird, sondern wenn ihr mal genau hinschaut, die Linien werden eingeblendet und ausgeblendet, wenn der Abstand wieder zu groß wird. Ich werde das hier alles in CodePen machen und den Link dazu findet ihr natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung. Okay, dann starten wir mal. Ich habe hier ein leeres CodePen und was die HTML angeht, ist relativ einfach. Wir erstellen einfach ein Canvas und das war's. Und was die CSS angeht, das werde ich jetzt mal reinkopieren. Das ist der übliche CSS-Reset und außerdem geben wir dem Canvas eine schwarze Hintergrundfarbe und sagen, dass DisplayBlock ist. Das verhindert dann, dass wir diesen Abstand darunter bekommen, der sonst zum Beispiel zu Scrollbalken führen würde, wenn man den halt als Vollbild Canvas macht. Das machen wir natürlich gleich im JavaScript. So, und als erstes nehmen wir jetzt den Canvas hier. Dann bekommen wir einfach mit document.querySelector. und dann brauchen wir den Canvas-Context 2D. Ja, und wir wollen, dass der Canvas die gesamte Fenstergröße ausmacht. Das machen wir in einer separaten Funktion, in justCanvas. Das ist eine Funktion. Und da sagen wir jetzt also, dass die Canvas-Breite gleich die Fensterbreite ist. Das bekommen wir mit Inner-Width und genauso auch mit der Höhe. So, und dann können wir sie einmalig hier ausführen. Und dann müsste das jetzt so sein, dass der gesamte Bereich hier schwarz ist. Genau, und die haben auch keine Scrollbalken. Ich kann es ja vielleicht nochmal zeigen hier, wenn ich das jetzt hier wegmachen sollte, dann habe ich hier wirklich Scrollbalken. Ja, also dafür war das dann. So, wenn ich jetzt aber hier den Fensterbereich hier mal anpasse, dann ist der Canvas zu groß. Also er passt sich sozusagen nicht immer der Fensterbreite an. Und das müssen wir jetzt noch machen. Dafür machen wir einen Event-Listener auf dem Window. Und das Event ist Resize. Ja, wann immer wir das machen, dann möchte ich hier die Adjust Canvas-Funktion ausführen. Ja, wir müssen natürlich auch einmalig diese Funktion hier ausführen. Sprechen wir das mal ab. Dass das jetzt immer hier in den gesamten Bereich ausmacht. Okay. Alright. Jetzt ist es aber so, dass wir noch ein paar andere Sachen sozusagen als Vorbereitung machen möchten. Und dafür lohnt es sich, eine Initialize-Funktion zu schreiben. Also eine Initialize sozusagen. Da können wir das also reinpacken. Und diese Init-Funktion, die führen wir jetzt dann aus, wenn eben die HTML geladen ist. Und das Event dafür ist DOM-Content-Loaded. Also wenn das der Fall ist, dann führen wir erst die Init-Funktion aus. Hat also denselben Effekt wie vorher. Ist jetzt aber ein besseres Kaliber, weil ich jetzt hier noch weitere Funktionen in diese Init-Funktion hier reinpacken kann. Ja, und was wollen wir machen? Wir wollen natürlich erstmal diese Punkte erzeugen. Das heißt, wir legen hier mal global ein Array an von Punkten, was anfangs natürlich leer ist. Und jetzt definiere ich hier eine Funktion. Machen wir das mal ganz weiter unten. Die heißt Generate Points. Und schreiben wir mal rein, das ist das To-Do hier. Und die wird halt auch hier in meiner Innen-Funktion hier ausgeführt. Ja, also Generate Points wird ausgeführt. Ja, wie viele Punkte wollen wir haben? Das sollten wir vielleicht mal so in einer Konstante festlegen. Number of Points, sagen wir mal 100. Das kann man natürlich jederzeit anpassen. Dann sollten wir vielleicht auch sagen, wie groß die sein sollen. Sagen wir mal, Points heißt gleich 3. Ich merke gerade dieses Flackern hier, das stört mich ziemlich. Vielleicht können wir mal einstellen, dass das hier sich nicht immer updated automatisch. Da muss man halt hier auf Run klicken. Also das mache ich jetzt hier nur für das Video, weil das glaube ich sonst sehr stören würde. So, das wäre es erstmal für diese Konstanten. Später fügen wir noch weitere hinzu. Aber das können wir jetzt hier schon mal machen. Also wir machen eine entsprechende Vorschleife. Number of Points, geben wir den Index hoch und legen jetzt erstmal hier eine zufällige X-Koordinate fest. Die ist ja dann zwischen 0 und der Canvas-Breite, exklusiv der Canvas-Breite. Und dafür müssen wir jetzt erstmal eine Funktion anlegen. Mache ich hier mal einen Abschnitt, Utilities, kommt ganz am Ende hin. Und da schreiben wir jetzt eine Funktion rein, ups, RANDint. So, die gibt einfach A+, das kennt ihr vielleicht schon. Abgerundet B-A mal eine zufällige Zahl zwischen 0 und 1 zurück. Und später werden wir auch noch sozusagen die Version brauchen, wo das eben nicht unbedingt ganze Zahlen sind. Das nenne ich mal entsprechend mal RAND. Da entfernen wir also hier dieses Abrunden. Das ist also hier eine zufällige Zahl zwischen A und B, exklusiv B. Und das ist eine zufällige ganze Zahl zwischen A und B. Voraus geht es, A und B sind ganze Zahlen. Das setze ich hier jetzt mal voraus. Gut, so, dann können wir das also hier nutzen mit RANDint 0 und die Canvas-Breite. Und mit der y-Koordinate natürlich exakt dasselbe, das ist mit der Höhe dann. So, und der Punkt, ja, der besteht jetzt aus x und y. Später werden wir noch weitere Sachen hinzufügen, aber das wäre es jetzt erstmal. Und dann fügen wir das natürlich zu unserem Array hinzu. Also mit Push. Und wir können ja vielleicht schon mal loggen hier, die Länge. Nur um das mal sozusagen kurz zu testen, ob das funktioniert hat. Machen wir die Konsole hier auf. Jetzt haben wir hier ganz viele Fehler, aber das ist glaube ich nur, weil der sozusagen schon vorher was kompiliert hat, während ich es getippt habe. Aber das ist hier eigentlich nur wichtig. Also er hat jetzt hier 100 geloggt und genau das ist natürlich richtig. Und vielleicht könnten wir auch nochmal den ersten Punkt hier loggen, um das ein bisschen zu sehen. Also dass es halt wirklich immer ein zufälliger Punkt ist. Also hier run. Okay. Das passt, ne? Also es scheint immer, ich kann auch mehrmals mal andrücken, es scheint immer ein zufällig erzeugter Punkt zu sein. Auf unserem Canvas. Gut. So, und jetzt wollen wir die natürlich irgendwie darstellen. Und dafür brauchen wir eine andere Funktion. Also Draw Point. Wie zeichne ich den Punkt? Da benutze ich den Canvas-Kontext und zeichne im Prinzip einen Kreis. Und einen Kreis kann ich zeichnen mit Beginn Path und jetzt vor allen Dingen die Arc-Methode. Da muss ich jetzt erstmal x und y übergeben. Also in meinem Fall p.x und p.y. Wenn man möchte, das habe ich auch im Fertigen-Kurz so gemacht, kann man das hier auch Point nennen. Ich schreibe das jetzt nicht aus, weil ich das hier gerade erkläre, dass es ein Punkt ist. Aber ich würde empfehlen, da etwas sprechendere Variablen dann auch zu benutzen. So, jetzt die Größe, könnte ich jetzt, also der Radius, da könnte ich jetzt hier eine feste Zahl eintragen. Oder was vielleicht Stauer ist, wir tragen das auch nochmal hier in unser Punkt-Objekt rein. Zum Beispiel 3. Den Konsular können wir weglassen, merke ich hier gerade. So, und dann zurück zum Arc. Also da muss man jetzt noch sagen, also welchen Anteil vom Kreis wir zeichnen wollen. Wir wollen aber einmal herumgehen, also 0 bis 2 mal Pi. So, dann füllt man das aus. Die Füllfarbe müssen wir später noch festlegen. Und dann Close Path. Die Füllfarbe, das machen wir vielleicht jetzt mal direkt hier in der Adjust Canvas-Funktion. Also zum Beispiel, können wir ja mal Weiß sagen. Das können wir aber später noch anpassen. So, dann wird das halt mit Weiß ausgefüllt. Und jetzt brauchen wir eine Funktion, die alle Punkte zeichnet. Das ist eigentlich entsprechend Draw Points. Das ist ganz einfach. Ich benutze einfach meine Points Array und mache For Each. Und welche Funktion muss ich jetzt immer anwenden? Na genau, Draw Point. Ja, da muss ich also keine Pfeil-Funktion mehr oder so übergeben. Ich kann direkt die Funktion, so wie sie ist, eben eintragen. Alright, und dann kann ich jetzt hier in meiner Init-Funktion, da kann ich zum Beispiel jetzt mal hier Draw Points aufrufen. So, und dann kann man das mal ausführen hier. Und wir sehen tatsächlich 100 Punkte, die zufällig verteilt sind. Ich kann jetzt hier auch mal, wie gesagt, die Anzahl erhöhen, zum Beispiel 500. Dann wird das natürlich viel dichter sein. Aber jetzt für unsere Zwecke mache ich mal 100. Und die Größe kann man, wie gesagt, auch anpassen. Und auch, wenn man will, eben auch hier als globales Konstante noch übergeben. Machen wir das vielleicht mal ruhig. Also Point Size. Gut, das ist jetzt relativ langweilig. Wir wollen natürlich, dass die Punkte sich bewegen. Und dafür brauchen sie Geschwindigkeiten. Und das heißt, hier, wo wir die Punkte erzeugen, stellen wir halt nicht nur x- und y-Koordinate, sondern auch eine Geschwindigkeit in x- und y-Richtung. Das nenne ich mal relativ kurz hier Vx. Das ist die Geschwindigkeit in x-Richtung. Und das soll mal eine zufällige Zahl sein. Zumischen, ja, könnte man mal ausprobieren. Vielleicht minus 2 und plus 2. Und machen wir mal dasselbe mit der y-Geschwindigkeit. Und das übergeben wir jetzt hier auch in diesem Objekt. So. Und wenn wir so eine Geschwindigkeit haben, dann können wir eben die Position anpassen. Das macht man natürlich in einer separaten Funktion hier. Also Update Point. Da übergeben wir jetzt auf jeden Fall einen Punkt. Und was wir hier natürlich machen, ist die x-Position zu nehmen und eben entsprechende Geschwindigkeit abzuändern. Also ich addiere die x-Geschwindigkeit dazu. Und genauso mache ich das mit y hier. Später kommt auch mehr dazu, aber das werden wir gleich sehen. Und genauso wie vorher, vielleicht kann ich hier einfach mal Copy-Paste machen, haben wir jetzt eine entsprechende Methode, die das halt mit allen Punkten macht. Also hier heißt das entsprechend Update Points. Und hier nicht Drop Points, sondern Update Point. So, und jetzt müssen wir ja diese Update-Funktion immer wieder ausführen. Und das muss auch vernünftig vom Browser animiert werden. Und dafür gibt es halt die Funktion RequestAnimationFrame. So, und das machen wir alles in einer Loop-Funktion. Die definiere ich jetzt. Was muss ich denn immer wieder machen? Na, ich muss erstmal die Punkte updaten. Update Points. Und dann muss ich sie zeichnen. Und dann muss ich halt RequestAnimationFrame benutzen, um diese Loop-Funktion nochmal aufzurufen. Okay. Das heißt jetzt hier meine innere Funktion, da rufe ich diese Loop-Funktion einmal auf. Und dann sollte sie eigentlich immer wieder aufgerufen werden. Und zwar mit 60 Mal pro Sekunde. So, schauen wir uns das mal an. Da wird jetzt noch was fehlen. Nämlich, das sieht zwar ganz nett aus, aber es muss natürlich der Canvas gelöscht werden. Also das mache ich hier zuerst. Machen wir das mal ruhig in einer separaten Funktion hier. Klick Canvas. Und definieren die bei den Utilities hier. Und das ist halt die Funktion KeyRect. Und da muss man jetzt einerseits sagen, von wo aus gehen wir das machen wollen. Das ist natürlich von 0,0. Und wie groß das sein soll, was wir löschen. Aber das ist halt natürlich der gesamte Bereich. Also geben wir hier die Breite und die Höhe. Und dann, wenn wir das hier machen, dann bewegen sich die Punkte immer wieder fort. Ja. Cool. Aber jetzt verschwinden sie ja hier. Und irgendwann, wenn wir keine Punkte mehr haben, das ist natürlich schade. Und das lösen wir jetzt so, indem wir sie sozusagen einfach immer wieder periodisch laufen lassen. Also wenn ein Punkt hier oben rausgeht, soll er unten wieder erscheinen. Und an allen Seiten machen wir das. Und dafür lege ich auch mal eine Hilfsfunktion an hier. Nämlich BoundToCanvas. Und da übergeben wir jetzt einen Punkt. Und wie ist das? Naja, wir machen erstmal eine Abfrage, ist der Punkt sozusagen zu weit rechts. Also P Punkt X, könnte man jetzt denken, ist die Canvas breiter, aber das ist nicht ganz richtig, weil dann guckt ja sozusagen immer noch der linke Teil raus. Also der richtige Check ist, dass wir noch den Radius hier abziehen. Dann ist er sozusagen auch wirklich vollständig, außerhalb des Canvases und nicht mehr zu sehen. Und in diesem Fall setzen wir ihn sozusagen ganz links hin. Und das ist jetzt hier minus P von R. Also nicht 0, weil dann wäre er schon zur Hälfte zu sehen. Dann wäre er sozusagen genau hier, sozusagen auf der Linie. Sondern wir setzen ihn links daneben, damit man ihn auch samt seines Radius nicht sehen kann. So, und jetzt halt entsprechend hier sozusagen, wenn der Punkt zu weit links ist, da ist die Bedingung halt, dass P Punkt X plus P Punkt R kleiner gleich 0 ist. Und in diesem Fall setzen wir P Punkt X auf Canvas Punkt Width plus P Punkt R. Ja, und diese Funktion führen wir jetzt hier aus bei der Update Point Funktion. Nachdem wir die Position abgedatet haben, schreiben wir noch also Bound to Canvas und setzen da unseren Punkt rein. Und jetzt sollte es eigentlich schon so sein, dass zumindest die Punkte, die sozusagen links und rechts rausgehen, schauen wir mal den, der ist jetzt hier wieder gekommen. Schauen wir uns mal den hier an, der müsste jetzt links gleich wieder kommen. Genau, da ist er. Ja, und das machen wir jetzt halt natürlich mit Y ganz genauso. Aber das ist einfach sozusagen Copy and Paste hier erstmal. Und dann müssen wir einfach hier alle Vorkommnisse von X durch Y ersetzen. Und natürlich die Breite hier durch die Höhe ersetzen. Also schauen wir uns zum Beispiel mal diesen Punkt hier an. Ja, und der kommt jetzt hier hinaus. Ja, und auf diese Weise stellen wir jetzt sicher, dass wir immer unsere 100 Punkte hier im Canvas behalten. So, bevor wir weitermachen, machen wir das hier noch ein bisschen sozusagen konstitutioneller, indem wir zum Beispiel diese Geschwindigkeit, die wir bestimmt hatten, als Konstante definieren. Also die Point Velocity, die ist zum Beispiel jetzt mal 2, aber das kann man natürlich abändern noch. Und die Point Color, die ist zum Beispiel jetzt hier weiß, also hier der Exit-Destinalwert. und dann können wir das hier unten nutzen. Hier, wo wir diese 2 benutzt haben, das ist jetzt die Point Velocity. Also damit ist natürlich die maximale Point Velocity in eine Richtung gemeint. Die Point Velocity selbst ist natürlich erstmal ein Vektor und der kann vor allem auch zufällig sein, das haben wir gesehen. So, und die Fill Style, das hatten wir hier in der Adjust Canvas-Funktion, da setzen wir halt jetzt hier die Point Color rein. Also insofern hat sich hier jetzt nicht viel verändert, aber wir haben den Code ein bisschen besser strukturiert. Und außerdem können wir jetzt vor allen Dingen hier zum Beispiel nochmal die Farbe ändern. Ich mache das mal auf so ein ganz helles Blau hier, das sieht dann noch so ein bisschen schöner aus, insbesondere mit der Farbe der Linien, die wir gleich machen werden. Und dafür lohnt es sich ja auch gleich mal hier eine Variable zu definieren, zum Beispiel Line Color. Sagen wir mal, das ist grün. So, und wichtig ist jetzt sozusagen auch vor allen Dingen den Schwellenwert zu definieren. Also wie gesagt, die Idee ist, wenn zwei Punkte sich nahe genug sind, dann zeichnen wir hier eine Linie zwischen ihnen. Und wie nahe sollen sie sich denn sein? Und da können wir jetzt erstmal eine Konstante definieren. Threshold. Und die sind mal 100 Pixel. Wir werden das später noch ein bisschen anders machen, weil zurzeit würde sich das ja zum Beispiel auch nicht bei der Änderung der Fenstergröße ändern. Sollte es sich aber ändern, weil sonst hat man da viel zu wenig Linien bei größeren Bildschirmen. Aber fürs Erste machen wir jetzt mal hier 100. Und so, insbesondere auf dem Fenster, das wir gerade haben, sieht das, wird das also sehr gut aussehen. So, und das heißt, wir brauchen erstmal hier irgendwie eine Funktion, die Linien zeichnet, zwischen zwei Punkten. Schauen wir mal, hier sind wir bei den Punkten fertig. Und da können wir jetzt also eine Funktion hier schreiben, Draw Line. Also zwischen zwei Punkten. Und wie gesagt, eigentlich sollte man dann vielleicht die Argumente Point 1 und Point 2 nennen oder so. Mache ich jetzt aber immer nicht. Ja, und wie können wir das machen? Erstmal beginn Path wieder auf unserem Canvas-Kontext. Dann mit Move To können wir jetzt zum ersten Punkt gehen. Da müssen wir jetzt x- und y-Koordinate übergeben. Und mit Line To können wir jetzt zum nächsten Punkt gehen. Also Q. Dann müssen wir jetzt die Linie zeichnen. Das geht mit Stroke, der Stroke-Funktion hier. Und letztendlich noch den Pfad wieder beenden. Die Stroke-Style müssen wir natürlich noch hier definieren. Unsere Adjust Canvas-Funktion. Also womit sozusagen die DINEN gezeichnet werden. Mit welcher Farbe. Das ist ja gerade meine Line-Kar jetzt hier. So. Jetzt haben wir eine Funktion geschrieben, die eine Linie zeichnet. Aber wir brauchen natürlich eine Funktion, die alle Linien zeichnet. Genauso wie vorher auch. Also nennen wir die Draw Lines. Und wir machen eine Vorschleife, die alle Punkte durchgeht. Und genauer gesagt alle Paare von Punkten. Also fange ich hier sozusagen erst bei dem nächsten Index an. I plus 1. Und mache aber das ansonsten genauso hier. Okay. Und jetzt zeichne ich gerade die Linie zwischen Points an dem Index i i und Points an den Index j. Okay. Jetzt haben wir den Schwellenwert noch gar nicht benutzt. Und das mache ich jetzt mal noch in dieser Draw Line-Funktion. Also wenn der Abstand eben kleiner als dieser Schwellenwert ist, nur dann zeichne ich das. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch eine Funktion, die den Abstand zwischen zwei Punkten berechnet. Und das ist der euklidische Abstand. Da gibt es ja diese allgemeine Formel für. Und die muss ich jetzt hier einfach mal kurz implementieren. Ja, und die Formel dafür ist eine Wurzel. Das kann ich aber auch so schreiben hiermit. Potenzieren mit 0,5. Aus der Summe der Quadrate der Differenzen von x- und y-Werte. Also, was ist das? Ich muss erst mal die Differenz der x-Werte bestimmen. Das ist also p.x minus q.x. Dann muss ich das mit 2 potenzieren. Das kann ich mit mal mal 2 machen. Das ist also eine andere Schreibwörter für math.pow. Das ist irgendwie einfacher zu schreiben. Und jetzt dasselbe hier noch mit den y-Werten. Das addiert man. Also, das ist einfach die allgemeine Formel für die Distanz zwischen zwei Punkten in der klinischen Ebene. Und wie gesagt, das benutze ich jetzt hier in der DrawLine-Funktion. Ich berechne mal die Distanz. Oder vielleicht soll ich das Dist nennen. Weil Distanz ist ja unten schon der Name der Funktion. Die ist auch global. Also, da soll es natürlich keine Überschneidung geben. Also, Distanz bq. So, und wenn die Distanz jetzt zu groß ist, also, größer als Line Threshold, dann gehe ich einfach raus. Und jetzt können wir die DrawLines-Funktion hier in unserer Loop-Funktion aufrufen. Das machen wir am besten, bevor wir die Punkte zeichnen, damit wir die Punkte sozusagen noch besser sehen können. Also, DrawLines. So, und dann schauen wir uns das mal an. Ja, und das ist hier im Prinzip schon der Anfang des Effekts. Und wie schon in der Einleitung gesagt, ist das jetzt noch ein bisschen abgehackt. Und das sieht noch nicht so ganz gut aus, ne? Und woran liegt das? Zurzeit haben wir sozusagen ein Check. Ja, ist der Abstand klein genug? Wenn ja, dann zeichne ich eine Linie, sonst nicht. Das heißt, es ist entweder an oder aus. Und das ist sozusagen so ein bisschen plötzlich. Und das kann man verbessern, indem wir hier die Opacity, also die Deckkraft der Farbe ändern und vielleicht auch den Farbwert. Aber das Wichtige ist vor allen Dingen die Deckkraft. Und das heißt hier, wenn wir die Linie zeichnen, da können wir jetzt auch noch die Opacity anpassen hier. Also hier auf unserem CTX, ja? Da kann man Global Alpha definieren. Und wir könnten ja zum Beispiel mal probieren, einfach den Quotienten hier zu nehmen. Also das ist ja jetzt hier kleiner gleich diesen Wert. Das heißt, dieser Quotient ist kleiner gleich 1. Und wenn wir jetzt das hier mal teilen, dann ist das ja dann ein Wert zwischen 0 und 1. Also könnte man ja mal probieren, wie das aussieht. Und am Ende sollten wir das natürlich wieder hier auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen. Sonst haben wir nämlich auch Probleme bei der Zeichnung der Punkte. Sonst würden sie nämlich auch nicht die volle Deckkraft eventuell haben. Ja, und das hat noch nicht den gewünschten Effekt. Und das liegt daran, dass zurzeit die Deckkraft 1 ist, wenn der Abstand maximal ist. Und die Deckkraft ist 0, wenn der Abstand 0 ist. Und eigentlich soll es genau andersrum sein. Das sieht man hier auch. Also die Punkte, die es näher sind, da ist die Linie halt schwächer zu sehen. Sonst sollte ja gar andersrum sein. Das heißt, wir machen ja einfach 1 minus dieser Quotient. Und dann sollte es eigentlich passen. Ja, das sieht schon viel besser aus. Das ist viel geschmeidiger. Und jetzt kommt sozusagen auch noch, was das angeht, der Feinstift. Und zwar ist es so, dass es ja linear von der Distanz abhängt. Das bedeutet aber auch, dass es mir, finde ich, zumindest ein bisschen zu langsam geht. Also es wäre schöner, wenn sozusagen der Anstieg schneller ist. Und das können wir machen, indem wir halt das hier sozusagen als Funktion von dieser Distanz begreifen und diese Funktion, die zurzeit eben linear ist, noch so ein bisschen anpassen. Da kann man jetzt alles Mögliche ausprobieren. Ich habe zum Beispiel mal so ein paar Potenzen probiert. Und was da, finde ich, ganz, ganz gut aussieht, ist zum Beispiel mal, ja, wir können ja mal die Wurzel einfach davon probieren. Und dann ist es so, dass es sozusagen am Anfang schneller ansteigt. Das liegt einfach an dem Graphen der Wurzelfunktion. Und dadurch braucht es auch nicht so lange, bis es die bessere Deckkraft erreicht. Wir können hier aber auch mal andere Werte probieren. Ich habe jetzt in der fertigen Version zum Beispiel gerade 0,75 genommen. Aber das ist, glaube ich, reine Geschmackssache, was einem da besser zusagt. Ja, und wir können nicht nur die Deckkraft abhänden, sondern sogar den gesamten Farbwert, ja. Und zurzeit ist es ja so, dass wir hier eine Konstante haben, Line Color. Das ändere ich jetzt. Also das nehme ich mal wieder raus hier. Und stattdessen definieren wir hier die Farbe erst, wenn wir eben die Linie zeichnen. So, dann können wir das ja auch rausnehmen, weil diesen Alpha-Wert können wir da nämlich gleich integrieren. Das nenne ich hier Alpha. So, jetzt kommt der U-Wert. Wir benutzen nämlich U-Saturation und Lightness als Farbkoordinaten. Und da kann man jetzt ein bisschen rumspielen. Also grün hat einfach den U-Wert 120 und Saturation ist 100%, Lightness ist 50%. Also wenn wir sozusagen dasselbe erreichen wollen, was wir jetzt haben mit grün, können wir einfach hier sagen, dass die Stroke-Style eben HSL ist. So, jetzt hier als Template-String U übergeben. Saturation ist 100%, Lightness ist 50%. Und jetzt eben als letzten Wert, das kann man hier auch noch übergeben. Also früher war es nötig, hier HSL zu schreiben. Das muss man nicht mehr. Also es ist sozusagen implizit, dass man auch den Alpha-Wert übergeben kann. Das machen wir jetzt hier. Und dann müssen wir das hier auch nicht mehr zurücksetzen. Okay. Also ich habe hier noch vergessen, Grad zu ergänzen. Das ist natürlich die Einheit. Das geht hier einmal rum sozusagen. Ja, und jetzt müssen wir natürlich hier oben noch die Referenz auf Line Color entfernen, bei der Adjust Canvas-Funktion. Das führt nämlich gerade noch zu einem Fehler hier. So, und jetzt müssen wir das eigentlich wieder sehen. Genau. Alright. Und wie gesagt, wir können eben jetzt hier den U-Wert anpassen und auch abhängig machen eben von diesem Verhältnis. Das heißt, es lohnt sich eigentlich, jetzt hier eine Variable zu machen für dieses Ratio, für diesen Ratio. Und wir setzen das hier rein und ich addiere jetzt einfach mal hier 50 mal den Ratio. Und das bedeutet also, wenn der Ratio 1 ist, also sprich, wenn die Distanz so groß wie möglich ist, dann ist der U-Wert hier 170 und das geht dann schon Richtung Blau. Und wenn der Ratio 0 ist, sprich die Distanz 0, dann ist der U-Wert 120 entsprechend haben wir eine grüne Farbe. Und das sorgt halt dafür, dass man hier so einen gewissen Farbübergang hat. Also, wie gesagt, Punkte, die weiter entfernt sind, haben ja so eine gewisse bläulichere Linie und wie gesagt auch, sind ein bisschen ausgeblendet und Punkte, die sehr nah sind, die haben eine grüne Linie. Aber hier kann man wirklich alle Kombinationen ausprobieren. Wir könnten zum Beispiel auch mal bei Rot anfangen, also U ist 0 entsprechend und zum Beispiel mal ins Negative gehen. Das ist natürlich auch möglich. Dann haben wir halt Rot und das geht dann halt so ins Lila rein. Also, da sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich habe jetzt einfach mal für die Demo hier 120 genommen, plus 50 mal der Ratio. Und wenn man möchte, kann man das natürlich auch hier noch als Konfiguration setzen, genau wie wir die anderen Sachen ehemals konstanten gesetzt haben, zum Beispiel. Das ist natürlich auch möglich. Aber ich lasse es jetzt mal hier dabei. So, gemäß dem Motto, dass eine Funktion eigentlich nur eine Sache machen sollte, ist das hier noch nicht so gut, weil diese Funktion macht auf jeden Fall zwei Sachen. Sie berechnet nämlich die Farbe und zeichnet auch die Linie. Das heißt, eigentlich müssen wir das hier noch in eine eigene Funktion auslagern, das hier. Das nenne ich entsprechend hier mal compute-Line-Color. Hängt also vom Ratio ab oder man könnte auch sagen von der Distanz halt. So, packen wir das da mal rein. Und wir übergeben einfach dann hier diesen String. Und dann hier benutzen wir entsprechend diese Funktion compute-Line-Color. Geben da die Dist rein und dann können wir halt diesen Teil hier natürlich entfernen. Okay. Dann ist die Funktion oben so ein bisschen aufgeräumter. Okay, schauen wir uns mal an, wie das hier beim Full-Page-View aussieht. Dann sehen wir nicht so viele Linien. Und das ist halt nicht gut. Das liegt halt letztendlich daran, das hatte ich auch schon anfangs gesagt, dass wir hier den Threshold, also sprich den Schwellenwert, auf eine Konstante gesetzt haben, die überhaupt nichts mit der Fenstergröße zu tun hat. Und weil wir aber eben auch nur 100 Punkte haben, wird es dann zwangsläufig weniger Linien geben. Und das wäre natürlich gut, wenn man das noch ein bisschen anpasst. Und das mache ich jetzt so, dass wir hier das nicht zu einer Konstanten machen, sondern eben zu einer Variablen, die man ruhig ändern kann. Und das mache ich halt immer dann, wenn ich hier die Adjust Canvas-Funktion ausführe, die ja wie gesagt ausgeführt wird, wenn ich halt das Fenster resize. So, und da kann man sich jetzt überlegen, wie man das macht. Ich habe das auch nur so ein bisschen, ja, experimentell herausgefunden. Also ich nehme halt den Mittelwert aus der Canvas-Breite und der Canvas-Höhe. Also sprich canvas.width plus canvas.height und das dann durch 2. Ja, und das multiplizieren wir noch mit irgendeinem gewissen Faktor und den Faktor muss man halt auch exponentell bestimmen. Okay, und jetzt haben wir halt so ein ähnliches Bild wie vorher. Wenn wir jetzt aber hier das Fenster größer machen, dann werden die Linie auch länger, weil ihr Schwellenwert sich erhöht hat. Und entsprechend sehen wir auch einfach mehr Punkte, die miteinander verbunden werden. Und das sieht dann einfach ein bisschen spannender aus. Ja, und umgekehrt genauso. Also wenn wir jetzt hier ein Fenster sehr klein haben, dann ist der Schwellenwert auch klein, weil wir das jetzt hier so abhängig von der Fenstergröße gemacht haben. Und wenn wir jetzt hier mal 100 machen würde, wie wir das vorher hatten, dann sieht das hier ganz anders aus. Also dann hat man halt viel zu viele Linien. Entsprechend ist das sozusagen auch für kleinere Bildschirme interessant, diese Anpassung, die wir jetzt hier gemacht haben. Also auch zum Beispiel für Handys, dass wir dann hier jetzt nicht die Höhe so klein, sondern eher die Breite klein, aber das wird dann natürlich auf das Level hinauslaufen. Also das ist schon gut, dass wir jetzt diese Anpassung gemacht haben. Und schreibt mir noch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da vielleicht eine bessere Funktion gefunden habt, die das noch ein bisschen flexibler oder auch besser anpasst auf die jeweilige Fenstergröße. Und was natürlich auch ziemlich nice ist, dass das jetzt sowieso schon responsive ist. Also ist egal, welche Breite ich nehme, das passt sich dann automatisch an. Alright, und das war schon das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen oder wenn ihr Feedback loswerden möchtet. Das freut mich auf jeden Fall immer sehr. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn wir wieder mit Canvas und JavaScript kreativ werden. Bis dann!